3 Stunden? Ja, wir haben drüber geschwungen. Slurptrack von mir? Ich warte mal kurz, dann Slurptrack erhält. Scheiße, Bogen spielt jetzt die Bogen. Ja, ja. Ja, ungefähr bei die 25 geplotten, wenn das wär, schätze ich. Ja, also wir haben meistens immer gefallert. Ich sag jetzt mal mit 25 geplotten. Aber mit einem Hybrid-Wechselrichter. Ja, wenn, dann ein Hybrid, der ist eben gescheiter. 25 geplotten, okay. Achso, ist der sehr wohl aufgeheilt, okay. Irgendwas ist drin. Wechselrichter und zwei Kisten, oder? Ja, das kann ich alles. Schlechter Bus! Ich kann ihn sogar einstellen auch. Nächster Bus! Die PDF kann ich da auch alles holen, oder? Ich brauche die Defensive Anmeldung. Ich brauche sie damals. Und sonst, da habe ich auch einen Kollegen sie sehen. Ja, das macht das ja der Thomas. Ja, das macht das ja der Thomas einfach. Wo ist er hin? Hä? Ja, ja. Ja, ja. Müssen wir, muss er schauen, ob er ein Supply da drin hat, müssen wir auch schauen. Ich glaube, das ist aufgenommen. Ah. Oh, mal erfahren, wo es kommt rein. So ist's. Hammer. Warum? Was kann ich sowas mitnehmen? Hast du das? Ja, schaffst du eigentlich die 25 geplotten. Ich glaube, schaffst du es sogar mit einem String, oder? Mit CKW. Was ist der Gegner gerade da? Maximal. Gegner da? Oh. So geht's einmal. Bei 1000 Wilt. 1000 Wilt Kars. Ein Stringhanger. Und das hat auch bloß wie viele Wilt. Keine 40 Wilt, ich glaube, oder? Die Menge aus 40 Wilt. 31, 38 Wilt. Boah. Wahnsinn. Auto. Auto kommt. Ich habe Schutzkarten gefunden. Gegner, Gegner, Gegner. Ja, dann habe ich ihn bis sie wieder. Den pushe ich. Ich habe mich mit dem Paul Grafen zu nehmen. Genau. Reicht. Hey, eine Drohne. Ich muss eine Drohne haben. Über Schutzkarten. Über Schutzkarten. Über Schutzkarten? Schalys Schatz, da redet diese Erweiterung. Die habe ich auch gekriegt. Die habe ich auch gekriegt. Ich schau mal, wo der Schutzkarten ist. Was kann das Schalys? Genau. Keine Ahnung. Du kriegst einen Schoßkarten und dann spiel ich das zum vergrobenen Schoß. Also am Gegner, gell? Ich triff nichts. Ich habe nur noch mehr Gegner markiert. Ich flieg jetzt auch gerne mit der Drohne. Ich habe keine Ahnung, wie ich aufhör damit. Krass, glaube ich. Ich schau mal. Ich schau mal. Ein Schoßl. Ein Schoßl. Dort hinten ist der vergrabener Schalz. Irgendwie wieder ein Schalz. Wir wissen, was drin ist. Schalz. 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 Schläz. Schalz. 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 New genoten damit ist. Wie gerne ist der Vogel oder? Das ist uacool. Ja. Geh neben mir! Hufe! Geh neben mir! Geh neben mir! Da wäre ein paar Pissi! Mein Schott! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ein Double Down! Pass mal Kino, wo weiß ich? Na, aber er ist ihm. Da kann man sicher noch weiter weg. Hufe, 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 Hufe! Wir kommen! Wir spielen endlich! Ich habe den Gegner! Ich komme zuerst! Komm, Gegner! Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Ich bin doppelt... Oh ja! In der Richtung mir! Ich bin irgendwie... Nooo! Robin, wo bist du? Hier, hinter mir! Hier, hinter uns Gegner! Immer hier! Da ist hier! Da ist hier! Ich bin da unten, gell? Wo bist du, Robin? Da unten! Ich bin schon weg! Oh! Ich wohne nicht kassiert! Pass auf, pass auf, pass auf! Wie geht's, komm her wieder! Nein, da wollte ich nur da! Mein Gott! Oh, ich hab den auch erwischt! Zane! Zane! Bede Gegner vor dir! Ja, es hat Hupen dir, es hat Hupen dir! Ein Zane, es hat Hupen dir! Du hast es! Du hast es auf meinem Hammer! De Gegner wollen mit dem Hammer irgendwo! Wenn ich nicht mehr bin, dann bin ich auf damit. Ich bin gerade, bin ich drückt. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr bin. Ich bin 50 km an, nein, oh egal. Ich bin da gerückt. Ja. Ich muss nicht mehr... Geht der Puls! Geht der Puls! Heht der Puls! Heht der Puls! Heht der Mist der Gegner! Ah, heht ich! Messes! Ui! Da! Du bist der Gegner! Du ist er, du ist er, du ist er! Komm, 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 komm! Wo ist der Puls hier? Ich bin da unten, ich bin da vorne Ich schieße auf den Gegner! Oh ja, die sind bei mir nicht besser! Heim wieder! Probieren! Gut! Ich habe ihn sogar an 12.000 Euro! Gut! Ich bin in das Haft genommen! Ich muss kurz warten! Okay! Ich gehe mal kurz drohnen Schau mal, ob da unten noch weh ist Schau mal, ob da unten noch weh ist Schau mal, ob ich da zu dem Loot hingehe Du wolltest nur mit BAM! Das ist am Loot! Dann muss man muss los! Nein, ich habe den! Ich sehe gar nicht! Ich baue mich sicher nicht! Dritten sind da! Hinter mir! Nein, nein! Da läuft gut, der kommt mir! Ja! Oh nein! Ich habe den Kopf geschehen! Probier ich noch aufdrekt! Nein, nein, nein! Das ist ein Minis! Ich muss jetzt mal! Ich kann kein Minis! Okay, okay, okay! Okay, okay! Metz bin ich komplett voll! Äh... Ja! Ja! Ah... Okay, bis hinten! Ich weiß aber nicht woher die sind! Ist der noch ein Fuß so? Leider nicht! Ich gehe mit da raus! Das ist der Vogel! Der Vogel ist was geiles! Ich bin dran! Halt drauf! Parkier! Hopp, parkiert! Ich bin da! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Da war ein Miser! Okay! Ich nehme seinen Loot! Ich brauche seinen Loot! Okay! Es ist ein vierter Team! Ein vierter Team haben wir noch! Er schwebt noch vorne! Ich bin dran! Okay! Jetzt ist es! 3 gegen 3! 3 gegen 3 haben wir noch! Cha- Mit den Schwenken! was ist die letzten 3?! Wie sind die letzten! Ich habe keine Ahnung! stimmt! Kannst du auch mit einem Vogel so friedlich? Ich glaube, der Vogel kann mich sogar mitnehmen, wenn ich down bin. Jetzt hört sie mich in die Zone. Es ist 3 gegen 3. Das sind die AFK oder verstecken sich die so gut? Oh, das sind Bots. Ich hoffe, es sind Bots. Weil der Kollege, der da unten schrummen ist, war wahrscheinlich ein Bot. Ja, das ist der Kollege, der fix ein Bot. Also als drei, das haben sie keiner. Ich habe drei Schlüsseln und jetzt ist sie runter vorbei. War ich da vorne? Ich habe zwei. Da kommt noch ein Root Drop. Wo sind die Gegner, bitte? Ich habe drei Schlüsseln. Jetzt soll ich wohl da ein Skin Knight im Sock kommen. Der Peter Griffin. Nein, das siehst du nicht, wenn das ein Plan ist. Wo sind die Gegner wirklich? Ich habe keine Ahnung. Probierst du jetzt auch mit der Sockkanon bei mir, bitte. Ja. Warte, 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 warte jetzt. Arme doch. Okay. Ich warte auf einen Loot Drop. Ich glaube, wenn die Zone stehen bleibt, haben wir das automatisch bekommen oder so. Ich glaube auch, dass die jetzt einfach sterben werden. So wie das auch schon. Du bist auf einen Goll. Und dannタren sie sich nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Joisch ein Geht. Okay, die Bier sind nicht mehr geladen. Wir haben sie nicht mehr gefährt. Die Zählen, Team, wir haben bereits eine gute Flゲージ geworden. Das war ein riesiges Seek. Das war ein Wiesesek. Kannst du euch einen Mogens noch machen? Nein, ich kann auch keinen Emot bocken. Ich kann auch keinen Emot bocken. Vielen Dank.